Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Ekaterina Leonova und Timon Krause verdichten sich. Fotos zeigen, dass Let's Dance paar Hand in Hand durch München spazieren. Ekaterina Leonova, eindeutige Fotos mit Timon Krause aufgetaucht. Hat das Versteckspiel von Ekaterina Leonova, 36, und Timon Krause, 29, bald ein Ende? Während ihrer Teilnahme bei Let's Dance sollen sich die zwei näher gekommen sein. Dass die Funken zwischen ihnen sprühen, konnten sie vor den Zuschauern kaum verbergen. Immer wieder kuschelte sich die Profitänzerin an den Metallisten, ihre Blicke waren eindeutig. Nun ist die Tanzshow schon seit über einem Monat zu Ende. Doch die Indizien, dass sich mehr zwischen Ekaterina und Timon entwickelt hat, verdichten sich. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Ekaterina Leonova ein Selfie mit Timon, unter dem sie ihm mit liebevollen Worten zum Geburtstag gratulierte. Tatsächlich habe ich selten solche Menschen wie dich. Lieber Timon, getroffen, heißt es dort unter anderem. Schöne Worte, die man auch einem guten Freund widmen könnte, allerdings wird immer offensichtlicher, dass es mehr als nur Freundschaft ist. Auf vorherigen Bildern trug die 36-Jährige eindeutig das Hemd des Mentalisten und nun tauchten sogar Fotos auf, auf denen sie Hand in Hand durch Ekats aktuellen Wohnort München schlendern. Ekaterina Leonova und Timon Krause, gemeinsame Zukunft in Berlin, wie Bild berichtet. Haben Ekaterina und Timon am Donnerstag Nachmittag, 22. Juni, gegen 15.30 Uhr gemeinsam die Wohnung der Profitänzerin verlassen und steuerten eine Postfiliale an. Laut dem Medium sei der 29-Jährige schon einige Tage zuvor nach München gereist, offenbar auch über seinen Geburtstag am 20. Juni. Doch als wäre das nicht eindeutig genug, wurde das Let's Dance-Paar eine kurze Zeit später händchenhaltend gesichtet. Zwar verhüllten beide ihr Gesicht mit einer Sonnenbrille. Zu erkennen waren sie dennoch. Vor allem Timon soll sich während des Spaziergangs durch Bayerns Hauptstadt immer wieder nervös umgesehen haben. Aber wieso das Versteckspiel? Denn wie Bild weiter berichtet, sollen sich Ekaterina und Timon schon so sicher miteinander sein, dass die Profitänzerin sich auf Jobs in Berlin, Timmons Heimatstadt, bewirbt. Bleibt abzuwarten, wann die Geheimniskrämerei ein Ende hat und die Fans den Zweien offiziell zur Liebesbeziehung gratulieren dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.